In dieser Folge teile ich mit dir eine Gewohnheit, die mein Leben für immer verändert hat und dir dabei helfen kann, fitter, glücklicher und gesünder zu leben. Diese Gewohnheit kann dir lernen, Momente mehr zu genießen und hilft dir dabei, Disziplin aufzubauen, und zwar in allen Lebensbereichen. Die Rede ist vom Eisbaden. Für alle, die mich schon länger auf Instagram verfolgen, sehen das als Teil meiner, ja fast kann man sagen, täglichen Routine, dass sie in das kalte Wasser springen. Und das mittlerweile jetzt schon seit fünf Jahren und in dieser Folge möchte ich dir die Vorteile davon erzählen, die Gefahren, worauf du achten musst und vor allem, wie es dein Leben positiv verändern kann. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Bevor wir heute starten, möchte ich ganz schnell Danke sagen für das tolle Feedback von der ersten Folge in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank für die ganzen netten Kommentare auf YouTube unter dem Videopodcast und auch für das Abonnieren und Teilen. Wir waren in der ersten Woche sogar wieder in den Top 10 Charts von den Mental Health Podcasts in Österreich. Also vielen, vielen Dank. Echt. Das bedeutet mir so, so viel. Ich wollte für diese Folge heute, beziehungsweise für dieses Thema Eisbaden, eigentlich den Wim Hof, den quasi Meister des Eisbadens, zu mir in den Podcast einladen. Leider war ihm die Reichweite nicht groß genug. Sie hätten mir dann die Tochter geschickt. Auch über die Tochter hätte ich mich gefreut, ihr ein paar Fragen zu stellen, aber habe auch da leider keine Antwort mehr gekriegt. Dann soll es nicht sein, ist mir jetzt auch wurscht in dem Sinne, kann man es nicht ändern. Da zähle ich ein bisschen was über das Eisbaden. Ich mache das ja selber jetzt schon längere Zeit. Ich habe da keine Ausbildung gemacht, sondern teile einfach nur meine Erfahrungen, wie immer. Trotzdem wäre es natürlich toll, solche Experten einladen zu können. Daher brauche ich deine Unterstützung. Bitte weiterhin den Podcast teilen auf Spotify, auf Apple abonnieren, auf Instagram mit den Freunden teilen, davon erzählen. Das wäre die größte Unterstützung. Ich sage vielen, vielen Dank und dann würde ich sagen, wir starten auch schon mit der heutigen Folge. Wie bin ich damals zum Eisbaden gekommen? Mein großes Problem am Anfang meiner Selbstständigkeit war, und mittlerweile werden es jetzt sechs Jahre, mein Problem war, dass ich so schwer aus dem Bett kämmen bin. Also ich habe gerne mal geschlummert, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, wenn der Wecker geleitet hat, dann habe ich ihn gerne mal weggesnust sozusagen. Ich habe alles probiert, ich habe sogar einen Oldschool-Wecker gekauft, damit ich nicht so leicht aufs Schlummern drücken kann. Ich habe den Wecker extra in ein anderes Zimmer gestellt, in die Küche. Und morgens, wenn ich mir den Wecker gestellt habe auf sechs Uhr und der in der Küche geläutet hat, dann bin ich aufgestanden, habe den Wecker ausgeschalten und habe mich wieder ins Bett gelegt. Ich muss sagen, schuldig. Ich habe nicht die beste Disziplin gehabt, nicht die beste Willpower. Und das ist wichtig, in so vielen Lebensbereichen, im Sport, auch in der Familie, finde ich, dass man, wenn man was sagt, dass man sich daran hält und vor allem auch beruflich natürlich, gerade wenn man selbstständig ist oder ein Unternehmer, wenn man auf sich selber schauen muss oder schauen möchte, dann ist es wichtig, dass man sich an seine Sachen hält. Und das war eines meiner größten Schwierigkeiten am Anfang, weil ich denke da ganz oft an diesen schönen Spruch, How you do one thing is how you do everything. So wie du in der Früh aufstehst und schlummerst, so bist du dann auch in deiner Disziplin mit dem Sport und auch bei den anderen wichtigen Dingen in allen möglichen Bereichen wie in deinem beruflichen Alltag. Und irgendwann war ich so genervt von mir selber, von diesem Schlummern, von diesem ständigen Schwummrig und Schlummrig und Schlumpfig, dass mir gerade alle Wörter einfallen, von diesem Nebel im Kopf, von diesem nicht wirklich wachem Zustand, dass ich mir gedacht habe, boah, ich muss das einfach ändern. Falls das auch ein Thema von dir ist mit dem Schlummern, dann bitte schreib gerne einen Kommentar, dann können wir da separat nochmal Erfolge aufnehmen zum Thema Disziplin und Willpower. Ich habe damals einen Podcast ständig gehört, bei jedem Spaziergang mit meinem Hund, also damals war ja nur Diakuna, jetzt haben wir ja den Philou dazu bekommen. Bei jeder Autofahrt, ihr habt wirklich jede Folge gehört von Tom Bilieu Impact Theory. Das ist wirklich ein spannender Unternehmer aus Amerika, der sich aus dem Nichts etwas aufgebaut hat und der erzählt ganz viel über Disziplin, über Routinen, über Gewohnheiten. Und das hat mich so fasziniert, der Typ hat jeden Tag kalt geduscht. Und ich war zu dieser Zeit ein richtiger Warmduscher oder habe mir gerne mal ein heißes Bad eingelassen, auf keinen Fall ein kaltes. Also ich war da wirklich überhaupt nicht vorbereitet auf die kalte Dusche. Aber der hat immer erzählt, how you do one thing is how you do everything. Wenn du die Disziplin hast, um unter diese kalte Dusche zu steigen, dann hast du halt die Disziplin, um noch einen Anruf zu machen, um den Mund aufzumachen, wenn es mal wirklich wichtig ist, um den Sport durchzuziehen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin so verzweifelt mit diesem Schlummern. Ich habe alles probiert mit dem Wecker in einem anderen Zimmer. Probier das mit dem kalten Duschen. Und ich habe einfach angefangen, am Ende meiner warmen Dusche auf kalt zu stellen. Die ersten zehn Sekunden mal, beziehungsweise die letzten zehn Sekunden in diesem Fall. Aus diesen zehn Sekunden sind 15, 20, 30 Sekunden geworden. Und ich habe mich so gut danach gefühlt, dass ich angefangen habe, nur noch kalt zu duschen. Ich war danach wacher, also morgens, selbst wenn ich geschlummert habe mal wieder und ich unter diese kalte Dusche gestiegen bin, war ich hellwach, ich war konzentriert, fokussiert. Ich habe mich so gut gefühlt und habe gar nicht wirklich verstanden, was da mit meinem Körper passiert. Und aus diesem kalt Duschen ist diese Liebe geworden zum kalten Wasser. Wenn ich mal irgendwo wandern war, im wunderschönen Tirol und da war ein Bergsee, dann bin ich da gern mal Kopf heraus reingesprungen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das darf man nicht machen. Kopf heraus ins kalte Wasser springen ist eine ganz schlechte Idee. Ihr habt das nicht gewusst. Ich war einfach wandern und bin da reingesprungen. Ihr habt das auf Instagram geteilt. Und ganz viele aus meiner Community haben geschrieben, hier Marcel macht das nicht. Da ist gerade ein junger Radlfahrer verstorben, weil er es mit dem Herz nicht gepackt hat. Und er war topfit, war Sportler, ist in dieses kalte Wasser gesprungen und ist dann verstorben. Und das hat mich so schockiert. Daher das bitte nicht machen. Langsam reingehen, ein bisschen das Wasser auf den Oberkörper spritzen und dann langsam untertauchen. Vielleicht gar nicht den Kopf unter Wasser, je nach Temperatur, sondern mal bis zur Schulter. Da erzähle ich dir dann gern im Laufe dieser Folge nur, worauf du achten musst und wie du starten kannst. Auf alle Fälle bin ich so dankbar für meine Community, die mich da vor so einem Risiko geschützt haben. Also wirklich riesengroße Liebe an meine Community und an diesen Austausch. Podcast, YouTube, Instagram. Ich bin so dankbar für euch alle und für die Unterstützung an dieser Stelle nochmal. Und ja, habe diese Nachricht bekommen, habe das dann natürlich lassen mit dem Kopf heraus reinspringen. Aber bin weiterhin gerne in dieses kalte Wasser gegangen, weil es sich so gut angefühlt hat. Ein paar Monate oder Jahre später mit diesem kalten Duschen und immer wieder mal in einen See gehen, bin ich dann in die Nähe vom Aachensee gezogen. Wirklich wunderschöne Gegend da bei uns in Tirol. Toller See, der das ganze Jahr über, sagen wir mal, angenehme Temperatur hat. Und gerade im Winter ist der natürlich richtig eiskalt. Und ich habe das Glück gehabt, da war ein Fitnessstudio direkt am See, wo ich trainiert habe. Und ich bin dann immer nach dem Fitness in das kalte Wasser gegangen. Ich war eh schon trainieren, ich habe da schon meine Willpower trainiert, meine Disziplin trainiert, habe mich überwunden. Krafttraining zu machen, mache ich natürlich gern, aber du weißt, wie es ist. Auf der Couch ist es oft gemütlich. Und dann der Weg dorthin. Also habe ich überwunden. Und wenn man gerade so einen Lauf hat, und das ist ja das Spannende, wenn man sich bei einer Sache überwindet, dann fällt es dir auch leichter, dich bei der nächsten Sache zu überwinden. Und man kommt da in so einen Loop. Motivation basiert ja nicht aus dem Nirgendwo, sondern Motivation kommt auch durch das Machen, durch das Tun. Wenn ich mich jetzt da hersetze und diese Podcast-Folge aufnehme, dann bin ich motiviert, dann macht es mir Spaß. Und nicht der Gedanke dran, jetzt muss ich wieder alles einstellen, die Kameras, die Lichter, was sage ich denn, wie bereite ich mich vor, recherchieren. Aber das Machen, das Tun, das in Bewegung kämen, das tut gut. Auf alle Fälle bin ich nach dem Fitnessstudio in diesen eiskalten Achensee gegangen. Und auch hier ist ein Fehler, wo ich erst später draufgekommen bin. Und zwar soll man nicht nach dem Fitnesstraining in das kalte Wasser, sondern davor. Weil was passiert durch das Fitnesstraining, durch das wirklich strenge Krafttraining, passiert ja was mit den Muskeln, mit der Muskulatur, die wird quasi verletzt, um dann stärker zusammenzuwachsen, um generell Muskelwachstum anzuregen. Und durch diesen Schock im kalten Wasser linderst du dieses Muskelwachstum. Ja, Eisbaden ist gut für die Regeneration. Ja, kaltes Wasser, kalte Dusche ist gut. Allerdings nicht direkt nach dem Fitnesstraining. Nicht direkt nach dem Sport, sondern ein paar Stunden später gibt es mehrere Studien, die das belegen. Und so ist es weitergegangen mit meiner Eisbadeliebe. Ihr habt es eben nicht gewusst. Bin dann nach dem Fitnesstraining reingegangen. Das hat sich trotzdem gut angefühlt, muss ich sagen. Und bin dann nach Hause gefahren. Ich wohne jetzt nicht mehr am Aachensee. Viele fragen mich immer sehr, wo wohnst du überhaupt? Ich bin immer noch wohnhaft in Tirol, aber leider nicht mehr in Seenähe. Und habe mir deshalb ein kleines Becken auf die Terrasse gestellt. Das habe ich auf Amazon bestellt. Ich habe da keine Kooperation und nichts. Wenn du da einfach eingibst, Eisbecken, da gibt es ganz viele. Und einfach auf die Bewertungen schauen, so mache ich das immer. Und habe mir dieses Eisbecken geholt, das jetzt im Winter draußen steht. Jetzt vor ein paar Wochen sogar mal richtig zugefroren war. Und ich das dann mit einem Besen aufschlagen habe müssen, dass ich überhaupt in das Wasser reingehen kann. Das ist dann schon die Königsdisziplin, muss ich sagen. Wenn du da nur in der Schwimmhose oder mit dem Handtuch hupf ja gerne nackert rein, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch der Vorteil, wenn man es daheim aufstellt, kann man nackert reinhupfen. Denn die Nachbarn haben sich noch nicht beschwert und habe da wirklich dieses Loch reinmachen müssen und bin dann in dieses Eisbecken und es fühlt sich jedes Mal gut an. Wie ich das im Sommer mache, weiß ich noch nicht. Ich habe das im Herbst angefangen. Wenn da jetzt ein wärmerer Tag war, habe ich von diesem vom Eis, also wirklich von diesem Kugel-Eis, was man im Supermarkt kriegt, die Behälter aufgehalten. Aufkalken, habe da extra, normalerweise ist sie nicht wirklich Zucker, aber habe da extra zwei, drei Packungen Eis gekauft. Mein Freundin hat sich gefreut, weil ich die Behälter wollte, um da große Eiswürfel herzustellen und dann habe ich halt da so drei, vier Eiswürfel reingeschmissen. Ist natürlich kein richtiges Eisbad. Vielleicht besorge ich mir für den kommenden Sommer so eine kleine Eiswürfelmaschine. Mal schauen. Auf alle Fälle habe ich das gut durchgezogen und es fühlt sich richtig gut an. Ich bin nach wie vor so ein Fan vom Eisbaden. Und falls die das jetzt noch nicht überzeugt hat, das war jetzt eine schöne Geschichte, aber gehe ich zu den Vorteilen. Warum solltest du, ja genau du, der gerade zuschaut oder zuhört, der oder diejenige, Eisbaden gehen? Du träumst von einer Karriere als Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin oder willst du einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pizdal in Tirol. Ich zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multi-Style, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yoga-Stil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yoga-Sziele kennenzulernen und dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yoga-Lehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com und dann freue mich, wenn ich dich auf deiner Reise begleiten darf. Da gibt es ganz, ganz viele Studien, die dir das beweisen, dass das richtig gut tut. Man kann viel drüber lesen, man kann sich viele Videos anschauen und Podcasts anhören, aber das ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben, die muss man einfach ausprobieren und danach geht es besser. Habe ich schon oft bei meinen Yoga-Retreats erlebt, dass die Leute gesagt haben, ich traue mich nicht, die kann das nicht, die schafft das nicht und dann am Ende, beim Abschluss, wenn ich frage, hey, was war das Highlight, sagen sie, das Eisbaden. Also bin ich oft ein bisschen enttäuscht, wenn sie nicht sagen, die Yoga-Stunden, sondern wirklich das Eisbaden, weil sich das so gut anfühlt. Folgende Vorteile hat es für dich und deinen Körper. Es werden Glückshormone freigesetzt, also du fühlst dich danach glücklich. Ich bin noch nie in das kalte Wasser gegangen, wirklich noch nie und war danach grantig oder schlecht gelaunt. Im Gegenteil aber, wenn ich mal davor gestresst war oder mal einen schlechten Tag gehabt hat, was jetzt nicht oft vorkommt, aber natürlich zum Leben dazugehört und ich dann in dieses kalte Wasser reingegangen bin, habe ich mich danach besser gefühlt. Glückshormone. Der zweite Punkt, du lernst dadurch, besser mit Stress umzugehen. Der Moment, wenn du in dieses kalte Wasser steigst, ist Stress für deinen Körper. Du beginnst schneller zu atmen, dein Körper denkt sich, hey, was passiert da? Gefahr, Stress. Und durch dieses tiefe, ruhige, bewusste Atmen, gelingt es dir, auch in diesem kalten Wasser Ruhe zu finden und dadurch auch außerhalb von diesem Eisbecken besser mit Stress umzugehen, weil sich dein Körper an diese stressige Situation gewöhnt. Wenn jetzt jemand nie Stress hat und nie Druck, weder körperlich, das ist im Fitnessstudio, ist auch, wenn wir Krafttraining machen, Stress für die Muskulatur oder vielleicht mal einen stressigen Job hat, eine stressige Phase, dann ist der weniger belastbar. Wenn du Stresssituationen trainierst, wie, sagen wir jetzt, die Polizei, so eine Spezialeinheit, die unter Stress funktionieren muss, dann sind die stressresistenter und so hilft dir, das Eisbaden besser mit Stress umzugehen. Der dritte Vorteil, es ist gut für dein Immunsystem. Auch da kannst du gerne einfach auf Google mal eingeben, Eisbaden für das Immunsystem und dann kann man sich auch da reinlesen, ist auf jeden Fall eine super Sache, ist auch entzündungshemmend, es regt den Stoffwechsel an, also es hilft dir, Fett zu verbrennen. Das sind alles wirklich tolle Vorteile, aber die letzten drei Vorteile, die ich dir jetzt nennen möchte, sind für mich ganz entscheidend. Erstens ist es super für die Regeneration nach dem Krafttraining, eben wie schon erwähnt, nicht direkt danach, vielleicht an deinem Restday oder ich gehe am liebsten vor dem Krafttraining, vor dem Kardiotraining, was auch immer man macht, in das kalte Wasser, dann bist du wach und dann fühlt sich das einfach richtig gut an, du gibst irgendwie mehr, gib mir vor, du hast mehr Energie, gerade wenn man älter wird, ich bin jetzt 30, ist jetzt weder sehr jung, noch sehr alt, es ist einfach ein Alter, aber die Muskulatur regeneriert, erholt sich einfach anders als mit Anfang 20 oder mit 18, das ist einfach so und durch dieses kalte Wasser, merke ich, geht es mir besser. Es wird auch nachgesagt, dass dieses kalte Wasser hilft bei Anti-Aging, beim Jungbleiben, da ist es natürlich ein super Vorteil, wenn man den gleich mitnimmt, ist ja jetzt auch gerade ein bisschen ein Hype des Eisbadens, sowie auch die Kältekammer, das habe ich schon mal ausprobiert, mit so einer Kältekammer gestellt, war eine spannende Erfahrung, aber ich finde, Wasser, sich so mit der Natur zu verbinden, gerade wenn man wirklich die Möglichkeit hat, in einen kalten See zu gehen, ist was ganz anderes. die Aussicht, der Moment, und da kommen wir zum nächsten Vorteil, man lernt dadurch, den Moment zu genießen. Wenn du in dieses kalte Wasser reinsteigst, dann vergisst du alles um dich herum. Du atmest, du denkst, tief atmen, Ruhe, Entspannung und du bist so richtig im Moment. Und das ist etwas, das muss man einfach erleben, egal ob du viel meditierst oder wenig, du bist im Moment beim Eisbaden. Und das liebe ich so sehr daran. Doch der entscheidende Punkt, warum Eisbaden dein Leben verändern kann, ist, dass es dir hilft, Disziplin aufzubauen, deine Willpower zu stärken. How you do one thing, is how you do everything. Sag ich es ein drittes Mal, aber um das nochmal zu betonen, wenn es dir gelingt, in dieses kalte Wasser zu steigen, obwohl du nicht magst, dann gelingt es dir auch, die Küche aufzurammen am Abend, obwohl du nicht magst, damit du, wenn du am nächsten Morgen aufstehst, kein Chaos hast in der Küche. Das hilft dir, wenn du auf der Couch liegst, dich aufzuraffen und zum Sport zu gehen, weil du weißt, es tut dir gut und du hast dir das vorgenommen. Das finde ich so wichtig. Es gibt für mich nicht viel schlimmere Sachen, als wenn jemand sagt, er macht etwas und dann tut er es nicht. Das finde ich einfach schwach, weil jeder kann sagen, ja, ich lade jetzt jede Woche ein Video auf YouTube hoch. Mach das mal. Da braucht es Disziplin. Ich mache jede Woche eine Podcast-Folge. Da braucht es Disziplin. Und das ist sicherlich auf das Eisbaden bei mir zurückzuführen und auf die Überwindung zum Sport, weil man das in alle Bereiche mitnimmt, diese Willpower. Natürlich ist es nicht leicht, wenn du vor diesem zugefahrenen See stehst oder es schon dunkel ist und du noch in diese Wanne springen möchtest und erst mal dieses Eis aufschlagen willst. Natürlich will ich da nicht unbedingt eingehen und denke mal, beiß es lässig, jetzt gehe ich wieder ins kalte Wasser. Vielleicht, wenn du weißt, was passiert mit den Glückshormonen, dass es dir gut tut, dass es hilft gegen Depression, würde ich auf jeden Fall sagen. Doch es kommt diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du musst da jetzt nicht eingehen. Geh halt morgen ins kalte Wasser. Kim, das ist sicher nicht so schlau, da jetzt einzugehen. Und diese Stimme, das bist nicht du. Das lernen wir beim Yoga. You are not your thoughts. Das bist nicht du. Du kannst antworten, doch, ich gehe da jetzt ein, ob ich will oder nicht. Ich mache das jetzt. Und das ist dieselbe Stimme, wenn du am Anfang des Jahres dir Neujahrsvorsätze vornimmst und sagst, ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Diese Stimme, die dir flüstert, jetzt einen Donut kannst du essen, der tut nichts. Oder du stehst an einer Kasse im Supermarkt und du siehst diese Snickers-Regel. Ah, ein Snickers tut ja nichts. Das ist dieselbe Stimme, die zu dir sagt, geh nicht in das Wasser. Und wenn du aber sagst, hey, ich gehe da jetzt ein, dann sagst du an der Kasse, ich brauche das Snickers nicht. Ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Noch ein super Beispiel. Sag mal, du möchtest um 10 am Abend ins Bett gehen. Du nimmst dir das fix vor, schaust von 8 bis 10 eine Serie und dann kommt auf Netflix nur noch eine Folge und dann kommt dieser Balken und du müsstest jetzt schnell ausschalten, damit nicht die nächste Folge startet, um zeitig ins Bett zu kommen. Selbe Willpower, selbe Stimme in deinem Kopf, die sagt, ah, eine Folge geht schon noch und auf einmal ist es halb drei in der Früh und du denkst da, was habe ich schon wieder gemacht. Falls du die in irgendeinem Beispiel wiedererkennst, verurteile die nicht. Es geht uns allen so. Wir haben alle unsere Bereiche. Bei mir war das das Schlummern. seit ich das in den Griff bekommen habe, ich sehe auch kaum Zucker, habe so gut wie kein Fitnesstraining ausgelassen, weil ich mich wirklich zum Eisbaden überwunden habe. Man muss sich immer wieder so ein paar kleine Challenges setzen, um, wie man in allen Büchern und von jedem Coach hört, umzuwachsen. Ja, wir wollen alle wachsen, wir wollen alle was lernen, aber vor allem wollen wir doch die Sachen umsetzen, weil das Problem ist, wenn du etwas sagst, wenn du dir etwas vornimmst und du enttäuschst dich selber, dann sinkt dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen, dein Wohlbefinden. Dann fühlst du dich wie ein Loser. Du sagst, du gehst um 10 schlafen, aber du gehst nicht um 10 schlafen. Ja, wenn dir dann mal das gelingt, wie sollen dann die wirklich wichtigen Sachen gelingen? Also gar nicht lang verurteilen, einfach ab morgen starten. Und zwar, wie starten wir da? Zu dem kommen wir jetzt. Ich habe schon erzählt, wie man nicht starten soll zum zugefrorenen See, also zugefroren und Kopf rüber reinspringen, wäre sowieso nicht gut. Dann gibt es eine Beule auf dem Kopf. Aber auch nicht in einen kalten See Kopf heraus reinspringen, sondern langsam reingehen. Bevor du das wirklich bei einem See machst, fang bitte an mit der kalten Dusche. Mit einer sogenannten Wechseldusche. zuerst warm und die letzten 10 Sekunden kalt. Du musst am Anfang gar nicht mit dem Kopf drunter, gerade bei Frauen, ich weiß es von meiner Freundin, die ich immer wieder zum Eisbaden motivieren will. Na, geh jetzt ins Wasser. Das tut dir gut. Danach sagst du wieder mal Danke, dass du mich überredet hast. Ja, was halte ich nicht? Wenn man was sagt, muss man sich daran halten. Wohlkommend. Und sie ist ja immer wieder mal dabei. Ist jetzt nicht so ganz in dieser Liebe wie ich, aber ich weiß, mit den nassen Haaren, das dauert dann ewig. Aber zumindest den Körper wirklich bis zu den Schultern runter zu die Zerchen mal mit dem kalten Wasser anfangen. Aus 10 Sekunden werden 20, werden 30 und vielleicht steigst du komplett auf eine kalte Dusche um. Vielleicht ist ein See in deiner Nähe und du hast einen Freund oder eine Freundin, der das gemeinsam mit dir machen möchte. Hat den Vorteil, dass man sich gegenseitig motivieren kann. Achtung hat aber auch den Nachteil, dass wenn einer absagt und seine Willpower mal nicht so stark ist, man selber vielleicht auch nicht hinfährt. Ich mache solche Sachen immer gern alleine, unabhängig von anderen. Man ist für sein Glück selber verantwortlich. Weder dein Partner noch deine Freunde sind für dein Glück verantwortlich. Deswegen mache ich am liebsten den Sport alleine, dass ich nicht auf jemanden warten muss, mich anpassen muss und der dann vielleicht absagt, last minute und ich dann auch mein Training schmeiße, deswegen. Daher hat wie so ziemlich alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber vielleicht ist ein schöner See in deiner Nähe, wo du das ausprobieren kannst oder du stellst dir so ein Eisbecken auf den Balkon, in den Garten, auf die Terrasse, wo halt der Platz frei ist. Mach das bitte nur, wenn du wirklich zu 100% fit bist, zu 100% gesund bist. Man soll das nicht machen, wenn man Probleme hat mit dem Kreislauf. Auch Schwangere sollten das nicht machen, so viel Iwas. Hör da auf deinen Körper. Ihr kriegt oft die Frage, hey Marcel, wie lange soll ich denn da drin bleiben? So lange, wie es in Anführungsstriche angenehm ist. Du solltest nicht zittern anfangen, so richtig frieren anfangen. Einfach tief atmen und irgendwann merkst du, okay, jetzt geh raus. Fang klein an, du kannst die Zeit stoppen, wenn du willst. Versuch einfach, im Moment zu bleiben und dann wird es mit jedem Mal vielleicht ein bisschen länger. Ihr habt auch gehört, man soll nicht länger als fünf Minuten im kalten Wasser bleiben. Mir ist es jetzt noch nie gelungen, so lange wirklich am kalten Wasser zu bleiben. Also davon ist man eh meistens weit entfernt. Ich werde oft gefragt, hey Marcel, wie lange bleibst du da drin? Ich stoppe das nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, ungefähr eine Minute, vielleicht zwei Minuten. Je nach Lust und Laune, Tageszustand und wie sich mein Körper anfühlt. Nicht direkt nach dem Sport, du kannst es ausprobieren vor dem Sport oder am Morgen, um aufzuwachen. Ich gehe nicht gern morgens in das Eisbecken, muss ich an dieser Stelle sagen. Da ist es für mich dann oft schwierig, mich wieder aufzuwärmen, wenn ich vom Laptop sitze oder wenn ich jetzt da sitzen würde und ich hätte kalt, das wäre nicht so angenehm. Und das Tolle ist ja, wenn ich in das kalte Wasser gehe und dann Sport mache, dann wird mir warm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man in der Sauna geht und dann in ein Eisbecken, dann wieder in der Sauna und in ein Eisbecken. Wenn du mit der Sauna aufhörst, bist du in einem entspannten Zustand und wenn du mit dem Eisbecken aufhörst, dann bist du eher in einem wachen Zustand. Also manche Hotels haben jetzt schon Eisbecken. Die meisten, wo ich meine Yoga-Retreats mache, haben Eisbecken, wo man das ausprobieren kann. Und wenn du in das kalte Wasser gehst, abtrocknen, aber nicht sofort unter eine warme Dusche oder sofort komplett aufwärmen, sondern versuch nochmal kurz Ruhe zu bewahren, den Moment zu genießen und die dann langsam anzuziehen. Also nicht in das Wasser gehen und ruhig bleiben und dann rauskommen und total gestresst sein. Es geht wirklich darum, vom Anfang bis zum Schluss in einem möglichst entspannten Zustand zu bleiben. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte denk daran, den Podcast zu abonnieren, deine Willpower aufzubringen und auf Subscribe zu drücken, auf Teilen mit deinen Freunden. Erzähl davon, schick die Folge weiter. Und falls du dir jetzt denkst, hey Marcel, das klingt alles so gut, ich würde es gerne mal gemeinsam mit dir machen, dann hast du die Möglichkeit. Und zwar bei so gut wie all meinen Yoga-Retreats biete ich das an als Teil des Programms. Wir waren schon im Zellersee, wirklich im Dezember, wo es eiskalt war. Wir waren gemeinsam im Achensee. Es gibt eben, wie gesagt, bei den meisten Hotels einen kleinen Badeteich, der in den kalten Jahreszeiten eh zugefroren ist. Wir finden immer eine Möglichkeit, das gemeinsam auszuprobieren bei den Yoga-Retreats. Und wie ich auch schon vorher erwähnt habe, das ist wirklich immer ein ganz besonderes Highlight, gerade für die, die so großen Respekt davor haben. Und sagen mal, ich weiß nicht, ob ich das kann. In der Gruppe geht es dann oft viel, viel leichter und macht einfach Spaß. Das ist ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Alle meine Infos zu den Yoga-Retreats findest du auf meiner Webseite www.marcelclementi-yoga.com Das hat mich völlig freien, wenn wir das gemeinsam machen. Auch bei meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung werden wir da gemeinsam in das Eisbecken gehen. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich auf die Zeit. Und ja, abschließend, was sagst du zum neuen Vorhang? Für alle, die auf YouTube zuschauen, ihr habt den dunklen Vorhang gegen einen hellen getauscht. Ein bisschen mehr Good Vibes jetzt, würde ich sagen. Schreib gerne einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat. Wie geht es dir mit dem Eisbaden? Gibt es Fragen? Ich freue mich wirklich auf deinen Austausch. Ich sage vielen Dank für die Unterstützung in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und wünsche dir ganz viel Spaß mit der kalten Tusche. Denk daran, das jetzt nicht ewig aufzuschieben und ja, ich mache das dann im Juni, wenn es draußen warm ist, sondern probiere es heute oder morgen aus. Einfach mal auf kalt schalten und schauen, was passiert. Ich wünsche dir noch ein ganz schönes Tageleck. Freue mich schon auf die Folge nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.